Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten externes DVD-Laufwerk. Das High-End-Produkt in unserem externes DVD-Laufwerk-Test geht an das HP F6 V7 und 90 AA. Das HP F6 V7 und 90 AA DVD-Laufwerk mit Brennfunktion eignet sich aufgrund des flachen Designs und des geringen Gewichts von 200 Gramm ideal für Notebooks ohne integriertes Laufwerk. Per USB 2.0 Anschluss kannst du das externe Laufwerk an einen Notebook oder an den Fernseher anschließen, um unter anderem Videos und Urlaubsbilder mit Familie und Freunden anzusehen. Dieses externe Mobile-CD-DVD-Laufwerk Mobile-Laufwerk mit USB-Schnittstelle und 9,5 mm Höhe ist einfach zu bedienen und benötigt keinen zusätzlichen Treiber. Schnelles Beschreiben, Löschen und Neubeschreiben von CD oder DVD Du kannst diesen DVD-Brenner ganz einfach verwenden, um Dateien zu brennen, Software zu installieren oder eine Sicherungs-CD zu erstellen, die alle ihre Brenn- und Wiedergabebedürfnisse abdeckt. Per USB 2.0 Anschluss kannst du das externe Laufwerk an einen Notebook oder an den Fernseher anschließen, um unter anderem Videos und Urlaubsbilder mit Familie und Freunden anzusehen. Schnelles Beschreiben, Löschen und Neubeschreiben von CD oder DVD Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist die L.Externis-DVD-Laufwerk. Das externis-DVD-Laufwerk wird über den USB-Type-C-Anschluss mit Strom versorgt. Es sind keine Treiber oder zusätzliche Stromversorgung erforderlich. Mit CD-DVD-Laufwerk können Sie einfach Musik oder Filme abspielen, Dateien schnell kopieren oder Software installieren. Der DVD-Laufwerk externen Unterstützung für die Verwendung von neuester USB 3.0-Technologie. Es kann die schnellere Datenübertragungsrate und stabilere Leistung mit der höchsten theoretischen Rate erreichen, die bis zu 5 Gigabit ist. Das externes CD-Laufwerk der neuen Generation unterstützt alle Notebook oder Desktop mit USB- oder C-Anschlüssen. Es ist mit den meisten auf dem Markt vorhandenen Computersystemen kompatibel. Das DVD-Laufwerk ist mit einem fortschrittlichen Chip ausgestattet. Mit leistungsstarker Fehlerkorrektur, Rauschunterdrückung, Stoßfestigkeit und geringem Stromverbrauch kann er CDs und DVDs ohne Verzögerung lesen oder aufzeichnen. Der VD-Brenner ist mit CE-, ROS- und FCC-Zertifizierung. Eine sichere Verwendung garantiert. Der Preis-Leistung-Sieger in dem externes DVD-Laufwerk-Test ist das dann zwei externes DVD-Laufwerk. Dieses externe USB-CD-DVD-Laufwerk verwendet eine USB 3.0-Schnittstelle, um Ihnen schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeiten und eine stabilere Leistung zu bieten. Es ist auch kompatibel mit USB 2.0-1.0. Zudem ist das integrierte Kabeldesign sauber und leicht, einfach zu transportieren. Das externe CD-Laufwerk ist mit einem Laser-Kopfwerk ausgestattet, das CD, CD-R, CD-RW, DVD-RW, DVD-Plus-R, DVD-Plus-RDL, DVD-Plus-RW, DVD-RAM und DVD unterstützt. Die Fehlerkorrektur ist sehr leistungsstark, leise und geräuschlos, geringer Stromverbrauch und schlagfest. Dieses externe DVD-Laufwerk ist kompatibel mit Windows 2000 XP 2003 Vista 718 Linux und ist ideal für Laptops, PCs, Desktops und mehr. Hinweis, für Desktops verbinden Sie das Gerät mit einem USB-Anschluss für den normalen Gebrauch. Dieses USB-DVD-Laufwerk benötigt keine zusätzlichen Laufwerke und eine externe Stromversorgung. Stecken Sie es einfach in den USB-Port ein, um den DVD-Treiber zu erkennen. Es kann Dateien brennen, Systeme installieren, Spiele installieren und Backup-CDs erstellen. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen. Bis zum nächsten Mal.